so leute was geht ab schön dass ihr wieder mit dabei seid zu meinem zweiten teil von omegel was erwartet euch heute ich habe keine ahnung lassen wir es mal ja willkommen auf dem kanal andremelo machen jetzt eine wette jetzt ein vibe kommt darauf hat anfangen zu tanzen habe ich nichts verärgert ja ja ich will ein dick sehen ja wir müssen uns nur blamieren dann kommen sie alle hallo ich bin ein bester freund hallo 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 der andere kriegt ganz viele abos dadurch habe ich ihn schon mit meinen zwei kanal abonniert ja habe ich schon mit meinem dritten kanal abonniert ja habe ich ihn schon mit meinem fünften kanal abonniert kann ich zählen kanal gibt es viele viele videos mit dem fett sack wollen wir tanzen wenn ich tanze dann kriege ich die brille das war ein ja ich schwöre ich habe noch nie so viel sport gemacht ich habe mich nicht gewundert hättest du jetzt ins krankenhaus das wäre so ich weiß nicht arschkratzer 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 ein mikrofon wir haben ein aufnahmegerät das im pc eingebaut ist vier bildschirme zwei drei vier also vier bildschirme ich habe ein übermenschlich großes glied das kommt ins video das kommt ins video oh fuck der geht's gut ne scheiße also mein glied war schon immer groß welches lied soll André singen kann er denn wo kann das pokemon lied alles er singt das pokemon lied arschkratzer arschkratzer durch das ganze land ich suche weit und reit das pokemon um zu verstehen was ihnen die macht verleiht wollen wir tauschen ich krieg deine brille du meine käppi war das nächsten jahr es war ein jahr hallo 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 Siegbert bist du es hallo hallo was was ja 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 doch doch Mensch dr undre müllo andre Andre undre andre mindre undre die BAH BAH Alter Hallo Du musst weitersehen Die sah schon so angepisst Die hatte schon den F-Fucksblick Die hat ein Septum Ein Tattoo, oder? Die hat ein Tattoo Ein Tattoo und ein Septum Das ist ein Mädchen und das, das da auch eines Und da ist auch ein Lippenbändchen Seid ihr Mädchen? Hallo Sie haben den Kundenservice gebildet Wie kann ich ihnen weiterhelfen? Warum rufen sie mich dann an? Du schneid Haare Nein, die lassen nicht lang Deine Haare sind länger als meine Meine Haare sind länger als seine Aber nicht oben, sondern unten Meine Ich auch tu Pokémon Mein bester Freund So retten wir die Welt Eeeeeee Jetzt sind noch keine alten Frauen aufgetaucht, ne? Die noch nicht so gut mit dem Internet vertraut sind Ich will die Marmeladen-Roman singen Hey, die Oh Hey, warte Joooooo Waaah, scheinli, oder? Von dir Und du von mir Pokémon Komm und schnapp sie dir Das Lied wurde gesponsert von Alkohol Weil ohne Alkohol wäre das nicht möglich gewesen Was geht ab, von dir Labake? Scheiße, er weiß, dass wir stinken Ich habe ein übermenschlich großes Glied Mein Glied ist größer als dein Kopf Das Lied Bitte bleiben sie dran Hallo Arschkratzer? Arschkratzer! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lena, ich grüße dich nicht. Und ein Hallo an unseren größten Fan, Lena. Hallo Lena.